moin leute willkommen zurück zur neuen endring video in der letzten folge haben wer hohe lux besiegt und gehen jetzt wieder hier weg wie ja schon gesagt wurde und ja nächstes gebiet ist der halligbaum hier wie er auch schon zu sehen ist der halligbaum und morg firsters blutes werden jetzt was gemacht noch flaschen der himmelstränen haben wir keine boss persönlich sehr schwer also ganz ehrlich diesen boss hätte man nicht so stark machen müssen okay wir gucken uns mal nach ob hier jemand ist wahrscheinlich eher nicht was was ja wir müssen jetzt doch die restlichen bosse machen ja gut ich bin online das ist genau ich könnte mir jetzt mal reinsteologisch noch online teile holen also von ihren konzern was denn hier passiert ich würde eigentlich immer sagen ich erspare euch die lange warterei hier stärker ist auf 45 bald können wir das nächste groß vertragen ein So, hilft mir, hehehe, hilft mir, hehehe, okay, now. Okay, let's go. Scheiße, auf die Gegner hier unten. Nein, er ist gefallen. Mark, first there's Bluetooth. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Die letzten verbleiben mit dem Bosse, die ich jetzt noch finden kann. Wieso ist hier nie einer, das versteh ich aber nicht. Die Heimfahrt des Halligbaums. Ich schaffe es immer bis zu seiner zweiten Phase und dann macht er mich platt. Ich finde es nur scheiße, dass ich persönlich wieder alles von vorne machen muss. Aber naja, das sei so. Bis ich hier überhaupt was sehe, kann es noch ein bisschen dauern. Wir gehen jetzt einfach mal Richtung Westen. So viel Schaden für... Hier hinzu kommen wir in eine goldene Ruhe direkt. Oh nein. What the fuck is that? Oh hi. Hier ist so einer. Haha, aus geht's. Hier ist doch auch da. Hier ist doch auch da. ... Hier ist doch da. Entweder wird grad die Sicht klarer oder ich seh einfach gar nichts. Hier ist die richtige... Ich hab wieder die Spur gefunden. Was ist denn hier? Ich seh nix! Das ist ein bisschen scheiße! Arschen ist doch ein scheiß Drache! Jetzt bin ich voll verarschen! Ich bin voll mit der Abenteuerung. Okay. 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 Ich sehe so viel, Menschensmeier. 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 Da ist einer oben. Den müssen wir dann nachher... Wo ist denn noch einer? Da! Da ist er wieder... Ja, Speedrun, Jumprun an so'n Scheiß... Okay, den ersten... ... 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 Es ist so klar, dass er jetzt hier ist, ne? So klar! Ne, einfach sterben, Alter! Nein! Komme ich denn auf das andere Dach? Meine Güte, ist das anstrengend, wenn es heißt im Spiel versuche nicht zu sterben. Schön zu wissen, dass man den Assassinen töten kann. Jetzt sind 90.010 futsch und ein ganzes Level sind jetzt futsch. Ah, und ich habe vielleicht gestern noch ein paar Runen alleine gesammelt. Onlinehilfe rufen? Nein, kann man nicht hier. Das Ding ist nicht sehr was so gut wie gar nichts. In diesem Gebiet muss man versuchen sich anzustrengen und was hier zu sehen. Das Ding ist nicht so gut wie gar nichts. Oh lot. Oh, das ist ja. Das war's für heute. 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 So. Das war's für heute. 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 Dann geht's es ist scheinbar so als müsste ich hier runter das ist ein echt geiler baum muss ich wirklich sagen habt ihr gut gemacht habt ihr sehr gut gemacht ich werde hier glaube ich nur ein paar mal verrecken aber sonst jetzt habe ich sogar gut laufen also ich glaube das heißt aber nicht gut 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 Au revoir! Aiaiai! Hallo! Hallo Ameisen! Schaue schon hier durch. Oh jejejejejeje. Hier ist Rens Adrenalin erlaubt. Egal. Egal, was ist das? Alter! Schallach! Schallach volle! Cut my life! Ich gehe einfach hier runter. Hier gehts weiter. Aber Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder auf dem Baum. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und schießt!